So, Olli, dann sag mal, wie war denn das Spiel so? Also, ich habe es nicht geschafft, ihn ständig unter Druck zu halten. Und wenn es geschafft hätte... Ich würde sagen, ich habe lange Zeit versucht, das Spiel bestimmt. Ich habe ihn nachlaufen lassen. Da waren ein paar unglückliche Returns von ihm dabei. Die muss man ihm auch zugestehen. Und ich dachte mir, Stand der Fitness bis Olli habe ich noch genug Zeit. Ist das ein gutes Warm-up? Ich werde mir jetzt gleich den nächsten nehmen und... Ich glaube, dann werde ich ein bisschen besser spielen. Danke fürs Interview. Ja, danke. Ich danke auch.